Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahmerunde von Trine, zusammen mit Doskias. Ja, hallihallo. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Das ist eine äußerst gute Frage. Ich glaube, wir sind in einer Krypta. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Okay, also einfach voran. Genau, einfach voran. Mit meinem Lieblingsspielzeug hier. Ups. Aua. Ich glaube, wir bekommen Besuch. Oh, der hat sich selbst gekült. He, he. Oh. Da muss ich mich drum rümmen. Ja. Wie du einfach so alles kaputt machst. Natürlich. Oh, guck mal hier, Truhe, Truhe. Meins? Ja. So, ihr Bogen. Die Dunkelheit ist unertragbar. Oh, wo war nochmal das Inventar? Ah, hier war das Inventar. Äh, Moment mal ganz kurz. Kann ich den hier nochmal? Hallo? Inventar, da. Oh, den hast nur du? Ich dachte, man kriegt das Inventar immer parallel. Oder, ach nee, das ist eine Fähigkeit, richtig? Hm. Stimmt, die habe ich jetzt auch. Die kann ich nämlich gleichmals richtig skillen. Die kann ich nochmal wechseln? Wie meinst du mit wechseln? Charakter? Ja. Äh, eins, zwei, drei. Ah, okay. Genau. Und Tab ist ja, ähm, die Ding, wo sie sind. Ja. So, ich nehme mal hier kurz Punkte rein. Da habe ich keine, da habe ich keine. Okay, ich wäre soweit. Aha. Schirra versucht sich an irgendeiner Baukunst, die nicht ganz funktioniert. Was hätte es werden sollen? Eigentlich, ich weiß es nicht. Versuch mal hier zu helfen. Ähm, okay, hier ist eine Tür. Kriegen wir denn die Tür? Guck mal, ist das... Nee, das ist keine Kiste. Kriegen wir denn die Tür auf? Ich würde jetzt mein Glück einfach versuchen. Und sie einfach aufschlagen, ja. Ah, okay. Stupide Gewalt. Das klappt ja schon mal sehr gut. Na komm. Das klingt mal fein. Oh. Aua. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Moschen. Ganz schön. So. Warum auch immer die jetzige Spawns denn? Da kommen ja noch mehr. Was ist denn hier los? Ist jetzt aber Ruhe hier. So. Drücke. Naja. Funktioniert. Meinst du? Ja, also ich bin drüben. Ah. Meinst du das mal hier rüber? Oh, von oben kriegen wir Besuch. Ich, ich, ich tu den mal weg. Ich tu den mal weg. Hilfe, ich hab'n, ich hab'n Gegner. Oh, verdammt. Huch. Aua. Jetzt hast du mich eingesperrt. Oh Gott. Aber cool, ich kann Gegner auf Kisten quasi weg transportieren. Wenn, wenn, wenn sie drauf springen. Ja. Das ist ne coole Sache. Weil wenn du drauf bist, kann ich die Kiste ja nicht mehr bewegen. Na, das Skelett wiegt ja auch nichts. Stimmt. Meinst, meinst, meinst. Unsers, Schira. Unsers. Ne, meinst. Ach ja? Gibt kein Unsers hier. Oh. Oh, es leuchtet. Au. Das tat weh. Da hört sie nicht, ne? Ach nee, das ist, ach das ist Säure. Scheiße. Vorsicht, das Wasser ist kein Wasser. Dachtest du? Ich dachte, es wär Wasser. Deswegen hat's doch auch überhaupt weh getan. Ja, ich dachte, es wär, weil's zu flach ist. Oh. Schöner Schuss. Au, au. Long. He, he. Ah, ah. Dass noch mehr sollte. Jetzt kann ich keine Brücke mehr bauen. Oh. Verdammt. Das war fies. Der hat mich verbrannt. Jetzt musst du, du musst. Die Last hängt auf dir. Die Chancen. Alles. Und du enttäuscht mich nicht. Sehr schön. So. Aber da war noch so eine grüne Flasche. Ach so. Ja, warte mal. Ich mach uns das mal sicher. Na, ist jetzt nicht ganz so sicher, aber... Es geht schon. Es reicht zumindest aus. So, jetzt ist es besser. Jetzt hat Lust, es ist... Aua. Gebt mich einfach rüber. Danke. An diese Stelle hier kann ich mich irgendwie erinnern. Ja? Ich glaube, hier kommen... Ich so gar nicht. Also, gerade ist dieser Kistenaufbau. Geronimo! 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 Oh, Manna, 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 Manna. Aber ich komm hier gar nicht durch, ja? Geht das hier? Nee. Ja, der kommt hoch, der Sack. So. Ja. Oh, da oben ist ne Kiste. Hast du die gesehen? Nee. Ja, über dir. Nee, 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 nicht Kiste. Quatsch. Hier so ein Tränkchen. Achso. Komm. Ich hab immer Angst, dass du mich dann mitschleuderst. Entschuldigung. Du könntest dich aber draufstellen, dann könnte ich dich hier immer drüber schießen. Ja, das stimmt. Lassen wir hier hin, ja. Weil ich seh hier einfach nix. Ein Holzschritt der Welt. Ach so schuld. Da ist eins. Hier, hinter uns. Hä? Da war noch eins. Was denn? Ja. Vielleicht kannst du das dagegen werfen. Hä? Das da unten hier. Achso, das da. Siehst wirklich nichts, ne? Äh. Na, hoch mit dir. Yay. Äh. Oh. Ja, sehr gut. Jetzt krieg ich das Ding nicht mehr raus. Warte mal. Moment. Ich hebel's raus. Warte. Ha. Ja. Meins. Oh. Ich dachte, es ist unsers. Haha. Ich dachte, es ist unsers. Okay. Ist da unten noch was? Ist da was? Müssen wir langen? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich leuchte mal. Scheint nicht so. Oh. Entschuldigung. Ah, hier ist eine kaputte Brücke quasi. Achso. Müssen wir, ähm. Das ist auch echt mega dunkel. Warte mal. Hm. Wo häng ich denn? Ich häng hier irgendwo. Warte mal. Kommt, warum kann ich das hier nicht setzen zum Geier? Nicht groß genug, oder? Doch, jetzt. Irgendwas war im Weg gerade eben. Nein. Okay. Moment. Hab's gleich. Ich muss erweitern. So. Gehen ist es jetzt schwer. Ha. Uh. Uh, schnell, 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 schnell. Hat nur geklappt. Wah. Da oben ist noch was. Eingesperrt. Äh. Geh da raus. Ey. Geh. Ich hab uns erquetscht. Du kommst hier nicht durch. So. Hm. Kannst du da... Will so ran? Nee. Da muss der dicke ran. Ja. Ah. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie komm ich da rüber? Warte mal. Ich nehm mal das hier mit. Ach, guck mal. Du kannst dich hier oben ranhängen. Hier oben ist so... Ah. Ach, guck mal. Ach, hier ist auch einer. Da siehst du mal. Wenn du hier nicht leuchtest, da siehst du gar nix. Ja. Ach. Ja, also. Ich brauche mehr von diesen Kristall... Äh, von diesen Leuchtlingern hier. Folge dem Leuchten. Oh oh. Das klang aber nicht gesund. Das kommt... Das kommt... Doch, jetzt... Jetzt kommst du mir bekannt vor. Das hier? Also nicht gerade das, aber... Halt, unter uns ist ne Kiste. Ah, na gut. Mal hier. Warte. Du musst hier auf der anderen Seite... Kommst du nicht hin. Du musst quasi da drunter irgendwie. Gibst du mal hoch. So, bitte schön. Einmal rein. Sehr gut. Arme Schütze. Oh, nett. Ach, du bist auch wieder raus. Ja. Na gut. Okay. Bitte schön. Am liebsten, ja. Huch. Ich hab mich eingesperrt. Vorsicht, mein... Mein Schlangengerüst. Au. Es sind schöne Spielzeuge. Und? So. Ah. Ja. Ich glaub, das hebt... Ja, okay, es hebt. Okay, jetzt auf der anderen Seite noch. Ja. Es ist einfach cool. Also die Physik hier ist echt saucool. Ja. Bossfight. Oh. Geronimo! Au. Au. Ah, wir müssen auf den Rücken zielen. Au. Zieh auf den Rücken. Wie denn? Aua. Oh Gott. Hey, wir können ja hier gar nicht sterben. Hier ist so ein Ding. Ja. Ich bin schon wieder tot. Und da komm ich wieder. Juhu. Oh, schon tot. Lol. Ich hab's für sie. Das ist... Das ist ein dämlicher Bossfight, wenn hier oben das... Das Leben... Äh... Äh... Ding hier ist, ne? Ja, es ist... Es ist gerade hochgekommen, ja. Ah, ich würde... Es ist... Wir müssen hier raus. Genau. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe des Verlieses. Ha! Es muss Essen im Schloss geben. Ja, Essen. Rauch zum Schloss. Er spricht mir wahrlich aus der Seele. Ich nutiere. Ich hoffe, das war's noch nicht. Oh, doch. Ganz schön, kurz das Level. Oh, es ging. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Ja, das waren auch schöne Zeiten, als alles noch seine Ordnung hatte. Oh, ja. So, wir sind jetzt bei 13 Minuten. Wollen wir weitermachen, oder? Ja, ich bin schon drin. Ach so. Ah, wartet doch mal. So. Okay. Dann machen wir einfach weiter. Was tust du denn? Habe bei dir keinen Text? Jetzt. Der König des Schlosses. Äh, jetzt. Okay. Dann bin ich ruhig. Ich störe alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Hahaha. So. Das war's. Okay. Oh. Hält das? Ich bin mir nicht sicher, ob das alles aushält. Ich habe auch keine Ahnung, wohin wir müssen. Oh. Wah. Halt, ich muss es so aufstellen. Aber es hält, wie es aussieht. Oh, guck mal. Hier ist ein Trank. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier runter. Ja, aber da drüben ist was. Wo denn? Hier sind auch noch zwei Tränke. Ich schaffe es. Eins, zwei. Ja, blöde Lackaffe. Ja, hör auf rumzuspucken. Öffne Fähigkeitsmenü für Tabo. Au, warte. Oh, ich habe eine Stufe. Uh. Ich nicht. Kriegt mir aber rein gar nichts hier. Außer vier vielleicht. Warte mal. Erlaubt einen Zauberer. Vier gleichzeitig existieren. Oh, vier Stück. Uh. Hä? Ah, nee, kostet drei. Verdammt. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Können wir uns denn durchbauen? Ja, quasi schon. Also mit vier Dingern. Ja. Und zwei Kisten. Okay. Ah, das ist so ein Ding, das wahrscheinlich wegklappt. Oh, ja. Das sieht zumindest aus. Ich versuche es mal. Uh. Ganz ehrlich. Guck mal, wie viele Zahnräder hier sind. Das sieht irgendwie so aus, als könnte man die Zahnräder blockieren. Hm. Weil hier oben sind Stacheln, damit ich hier was reinstecken kann. Ach so. Ja. Hm. Also, guck mal kurz. Ähm. Ah, hier ist aber nichts, was ich nehmen könnte, oder? Aua. Was machst du denn? Rot. Da war ein Skelett. Dann lässt man sich einmalig. Guck mal hier, ich hab was. Warte mal. Was nehme ich mal mit? Ich will da nicht rein, ne? Das geht nicht. Scheiße. Hm. Es sieht aber so aus. Warum sind dann die Stacheln hier? Die machen keinen Sinn sonst. Hm. Deku. Komm. Das muss aber keine Deku sein. Uh. Oh, das war knapp. Ich mach dir einen Schutz, Moment. Jetzt kommt sie nicht durch. Du bist so groß. Ich seh nix. So, jetzt. So spät. Bin schon da. Junge, Junge. Du machst wieder alles kaputt. So, komm. Ähm. Ähm. Warte mal, bevor die runterklappen. Ey. Ich wollte gerade eine Kiste machen. Blödes Ding. Geh hoch. So. So. Hehehe. Oh, toll. Mich fliegt. Oh. Nachdem. Da geht's nicht. Ich baue eine Brücke. Das einzige Loch, was ich vergesst darf. Lieb ich ruhig. Das wird schon voll. Okay. Hab ich wieder. Okay, gut. Wow. Wow. Au. Ja, ich hab noch mehr in meiner Hand. Ich kann jetzt nicht loslassen. Sonst bist du tot. Ja, nee. Okay. Okay, kannst. Hier ist Passat. Wie komm ich jetzt da durch? Schwimmen. Schwimmen. Mit meinem super Schild schwimmen. Mal geht's da hoch. Oh, nee. Da geht's nicht hoch. Wahnsinn, die Akku. Au. Na toll. Ja. Ja. Arrangeons. Hm. Oh. Oh. Okay, warte. Nein. Ach so, ich konnte mich wechseln. Ich wollte gerade zum Magier wechseln. Oh, ich hab da passen nicht auf. An die Stelle hände ich mich. Die war scheiße. Ich zähle auf dich. Nein. Ah, warum bewegt sich das? Ah. Ah. Geht weg. Warum geht das hoch, das blöde Ding? Oh Gott. Okay. Brauchen wir das vielleicht? Warte mal. Ich hol's mal wieder. Ach, jetzt kommt's. Ich komm gleich wieder. Ich fahr mal ne Runde mit nach unten. Ach so, das ist das von unten vorhin. Mit dem Hebel. Aha. Das haben wir jetzt quasi immer aktiviert, dass es immer hoch und runter fährt wahrscheinlich. Wir hätten das, glaube ich, nehmen sollen zum Hochfahren. Ja. Komm gleich wieder. Ja, jetzt geht's wieder hoch. Sehr gut. Es dauert nur noch fünf Stunden, Moment. Warte. Fang. Leichter. Hey, wer bewirft mich hiermit? Kaputten Pfeilen. Ach, das geht gar nicht höher. So die Scheiße. Jetzt werde ich auch noch verarscht von dem Spiel. Schaffst du's? Au. Anscheinlich. Schlecht. So, wie komm ich jetzt da hoch? Lass mich mal die... Ja. Ja, genau. Hui. So. So ist doch viel einfacher. Ach. Ah. Vorsicht. Vorsicht. Looken kann man sich nicht. Nee. Warte, ich mach's hier weg. Okay. So. Wie komm ich jetzt durch? Ja. So geht's auch. Ich nehm die brachiale Gewalt einfach. Ah, das ist jetzt ein Ding. Ich hol das kurz. Ja. Ei, ei, ei. Bleib da unten. Oha. Sie kommen. Wow. Ja, gar nicht so wenig. Ich lass die einfach nicht durch. Bombardierse. Ja. Damit. Und damit. Komm mal. Was halten? Wir halten ganz schön viel aus hier. Hm. Also ich glaube, hier ist verstopft. Hier kommt nix mehr durch. So. Ich nehm den einfachen Weg. Tschüss. Ja, war klar. So praktisch. Ah. E. So. Au. Warum flieg ich denn hier auch noch runter? Hä? Was? Ja, ich frag mich grad, was mich umgebracht hat. Was hat mich da umgebracht? Ach, ne Spinne hat mich umgebracht. Toll. Siehste? Siehste? Ich kann nicht. Doch. Tu es. Oh, die ist so süß. Guck mal, die guckt mich an. Ah. Richtig gemein. Tja. Das war's denn, womit Spinne? Runter können wir erst, wenn wir oben einen Hebel machen. Oh, ja. Ich erinnere mich, das ist so ein Scheiß. Ich hab's. Okay. Cool. Während der Animation bin ich gestorben. Das ist ja wieder nett. Bitte. Oh. Wie? Was? Was tust du? So. Wollen wir? Ja. Juhu. Oh, ich dachte, wir fliegen jetzt aus dem Wasser. Boah. Guck mal, Junge. So blöde Ding hier. Au. 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 Hm. Äh. Du musst uns retten. Oje. Boah, das war aber knapp, ey. So. Ups. Oh Gott. Zum Glück gibt's hier keinen Fallschaden. Ich spring auf ihn drauf. Heiß Animation, ich seh nix. Na super, die Spinne hat mich getötet. Das hat man noch in der Animation gesehen. Echt? Ich hab sie gar nicht gesehen. Der Meglid. Es ist zurückgeschwungen. Aua. Die ist so stark. Ich glaube aber nicht, dass du triffst. Nein, ich auch nicht. Auch wenn ich das Gefühl hab, dass du eher mehr so die Wand triffst, aber okay. Ist hier unten irgendwas? Ach, ich schwimm einfach runter. Warte. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich. Hier was bauen. Das ging ja leicht. Ja. Was? Ich glaube, die war bei mir auch so ein bisschen verbuggt. Ja. Juhu. Dann geh ich schon mal auf die andere Seite, während du die Animation auslöst. Und mich dann wahrscheinlich unter Wasser... ...mehr Luft krieg. Was ist jetzt passiert? Äh. Eine sehr gute Frage. Vielleicht geht's jetzt hier einfach weiter, auf der anderen Seite. Ah. Spinne. Riecht's eine Spinne. Ich riech nix. Aber ich glaub. Nee. Ich komm gleich. Ich hab mir noch leichte Probleme. Geht das hier weiter? Ah ja. Oh. Oh nein. Oh nein. Nein. Aua. Ich wünsche mein Bosskampf. Hilfe. Noll. Hies ihm ins Gesicht. Juhu. Oh dich. Dreh dich um. Ich treff den gar nicht. Aua. Na komm schon. Oh jetzt. Haha. War super duper Schaden. War schnell, ne? Na gut. So. Hm. Oh, 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 oh. Ah. Oh, ich treff nicht. Oh, hör doch auf zu spawnen hier, Mann. Ist es vorbei? Ist es vorbei? Ja. Okay. Ja. Hüpp. Boah. Bin um. Muss man hoch? Ja, das sieht aus, als würde es hier direkt weitergehen. Uh. Hier hat es auch nichts zum Greifen. Du musst diese zwei Doppelspringe machen. Nein. Mann, oh. Hä? Springen ständig daneben? Du springst dich daneben? Du springst immer mit dem Kopf dagegen. Ja. Na komm. Na komm schon. Nein. Hm. Okay. Okay. Ich geh mal kurz kochen. Ja. Ja. So. Juhu. Schnell weiter. Oh. Ist das schon los? Das Symbol sieht aus wie das Artefakt, das wir suchen. Aha. Was sind diese Artefakte überhaupt? Gut. Ähm. 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 Ah, sehr schön. Das zweite Artefakt, das für Verstand und Macht, hat das Schloss beschützt und dem König und seinen Männern Stärke verliehen. Aber das Artefakt selbst war auch von starken Zaubern beschützt und nur die mit einer reinen Seele konnten es berühren. Im Laufe der Jahrzehnte hatten viele Könige und Ritter erfolglos versucht, sich dem Artefakt zu nähern. Die Legende prophezeite, dass eines Tages ein Held mit einer reinen Seele und rechten Absichten kommen würde, um das Artefakt einzufordern. Aber als unsere Helden durch das Schlosstor kamen, realisierten sie, dass die Untoten alles an sich gerissen hatten. Dieser einst prächtige Platz wurde in einen Ort des Grauens verwandelt. Oh mein Gott. Ehe du jetzt auf Start drückst. Ja, ich warte. Ja. Ähm. Sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge dann wieder. Jawohl, es gibt einen Cut, Cut, Cut und bis gleich. Bis dann.